Sehr verstört geht es hier weiter bei Inside und K.O. Leute, was geht? Herzlich Willkommen zurück. Ähm, stopp. Nein, ich wollte ja nicht runter. Ich wollte erst wissen, was da rechts ist. Ah, das war vielleicht dumm. Ah, nee, doch nicht. Okay, hier ist nix. Oh, hätte ich jetzt da irgendwas gesippt, wäre es schlecht gewesen. Ja, herzlich Willkommen zurück zu Inside. Wir wurden das letzte Mal auf andere Art und Weise verstört. Ich weiß nicht, muss ich nach oben, oder? Warum geht's nach oben überhaupt? Oh, ja. Oh, ja. Da ist wieder so eine gelbe Linie. Gelbe Linien suggerieren, immer mal ist es irgendwie so ein Chor. Teufel bin ich hier. Das ist so ein Riesenchor. Was sind diese Lampen im Hintergrund? Hä? Eins, zwei, drei, fünf Stück. Sieht es richtig? Fünf Lampen leuchten. Ja, aber was ist denn dann das hier? Also, hiermit sind alle Chors miteinander verbunden. Und die Lampen, die nicht leuchten, das sind Chors, die wir verpasst haben. Ich bin Sherlock Holmes. Ja, aber wie kommen wir denn zu denen da hin? Also, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hätte ja sein können, weil das so aussieht. Aber, elf, zwölf, zwölf, dreizehn, doch. Hätte sein können, dass in den Lade-Sequenz was ist. Ich werde auf jeden Fall nochmal gucken, wie wir die Chors bekommen. Und es wird dann irgendwann in zehn Jahren den finalen Part dazu geben. Genauso wie bei Mario Bros. DS, wo alle immer noch darauf warten, dass ich alle Starcoins nachhole. Ähm. Das kommt irgendwann. Aber halt nicht jetzt. Gut, dass wir nach da oben sind. Wir haben spannende Sachen erfahren, zu den 100% in dem Game. Ich habe keine Ahnung, ob es noch mehr zusammen gibt. Okay, hier links geht es weiter. Ich glaube, wir müssen da drauf. Aber was auch immer uns dieser Arm hier zeigen will. Also, was auch immer wir mit dem Arm sehen hätten sollen, sehen wir. Oh, wir können hier nach rechts. Leiter anleuchten. Aha. Wir gehen mal nach oben. Vielleicht müssen wir nach oben. Weil wir kamen ja auch, wie es liefern unten. Wir kommen nicht höher als so. Ach, oder müssen wir hier lang? Wir haben doch von. Nee, wir sind nicht mit der Leiter von unten. Wir sind mit der Leiter nach unten geklettert. Dann müssen wir jetzt wahrscheinlich da hin. Vielleicht da oben drauf. Ja, wunderbar. Halt dich ja fest. Oh mein Gott. Wir haben immer noch keinen Namen, oder? Wir hatten einen Namen. Ich habe es vergessen. Oh, darauf habe ich halt gar nicht geachtet. Hatten wir einen Namen? Ist jetzt Hans. Ist der Hans. Komm, Hans. Hier geht es ins Wasser. Ich glaube, da sollen wir auch rein. Plupp. Wieder Sachen zum Halten. Was für ein Geräusch. Also richtig. Waren das meine Kopfhörer wieder? Nee. Ich kann hier nicht wegschwimmen. Nee. Ich komme da nicht hin. Hier oben noch was. Okay. Wusste ich. Ach, und jetzt hat der Treomat aufgehört. Wir können es aufmachen. Leise. Müssen wir wieder anmachen. Wir brauchen eine Weile zum Hochfahren. Und in der Zeit kommen wir bis nach da unten. Jetzt warten wir, bis es ganz offen ist. Und dann schasamen wir uns hier raus. Ja, krass. Wir sind hier drinnen. Oh, nee. Wir haben keine Kleidung mehr. Ich kann hier halten. Sonst nichts machen. Gucken irgendwas hier drinnen an. Oh, oh. Hier kann ich was nehmen. Ich kann das abziehen. Ich will nicht wissen. Ich bin so verstört von dem Spiel. Ich kann heute Nacht. Was ist hier los? Wenn ich alle... Ich wurde eingesaugt. Nein. Oh mein Gott. Warte. Ich steuere da... Ich steuere da... Mein Mund ist gerade voll trocken. Kann ich das jetzt rausziehen? Ich würde an eurer Stelle alle wegrennen. Okay. Wenn ich da wieder rein möchte. Was ist, wenn ich hier mich umgucken möchte? Weil hier könnte es ja ein Secret geben. Warum, Hans, gehst du auch mit irgendwelchen Kuchen konstant spielen? Also, Hans, du bist ja auch immer ein Stück weit selber schuld, ja? Achtung, meine Güte. Hier waren wir doch vorher. Ja, genau. Da, jetzt wird hier ein bisschen randaliert und aufgeräumt. So, wir befreien die Asi. Wir sind die Guten. Den wollte ich auch befreien. Der hat mich so verstört beim letzten Mal angekommen. Wo müssen wir hin? Da ist das raus? Hulk smash! Ja. Ja. Ach du, meine Güte. Ihr kommt mit? Ja, let's go. Guys, ihr helft mir jetzt nochmal. Ich wusste, dass ihr nochmal zurückkommt. Ich muss da oben wieder rein. Wieso muss ich jetzt... Ihr hebt mich jetzt da hoch. Wie stark sind die? Und wie leicht sind wir? Das ist mega eklig. Nein, der fährt nach unten. Oh mein Gott, nein. Hör doch auf. Wir mussten die ganze Zeit nach links. Deswegen gucke ich jetzt erstmal. Ach du, meine Güte. Es tut mir leid, Jungs. Aber ihr habt mich... Also... Kann es sein, dass wir irgendwie weiterkommen? Ihr habt skurrile Dinge gemacht, die ich nicht gut finde. Weswegen ich euch jetzt alle... ...aufessen werde. Was ist eigentlich hier drinne? In diesem Terrarium? Hier war nichts drinne, gell? Ist das Miniaturbäume? Und Wasser. So einen Strand bilden oder so. Egal. War da was drinne? Haben wir das kaputt gemacht, als wir draufgefallen sind? Ich glaube, das ist egal. Wir haben auch hier... Da ist... Hier haben wir zwei Menschen überrollt. Das tut mir leid, aber ihr habt... Bedingt habt ihr mich jetzt gerade eingesperrt. Ja. Das, was ich jetzt bin, habt ihr eingesperrt. Also habt ihr mich eingesperrt. Ja. Achtung, meine Güte. Achtung! Oh. Ich gehe zurück. Ich gehe zurück. Hier links könnte was sein. Ist es aber nicht. Ja. Das passiert mit den Menchies. Geht mir hier alle aus dem Weg. Oh ja. Hier wird alles ja gut gemacht. Bist du der Boss? Du bist safe, der Boss. Weißt du, was mit dir jetzt passiert? Ich esse dich auf. Mein Gott. Oh mein Gott. Ach. Hört doch auf mit sowas. Ja. Hier kann ich sauber werden. Hab das... Das ist, ähm... Liebe... Kinder, das ist, ähm... Schwarzpulver. Eine Schwarzpulver-Explosion. Können wir das hier hochheben? Ja. Das ist, also... Dass das nicht rot, das täuscht. Dass das rot ist, ist eine optische Illusion. Das sind Dogs. Ihr könnt mir nichts mehr. Als ob die denken, sie könnten... Oh, das da drauf. Stopp. Schnell rüber. Wir waren zu slow. Wir warten bis das Ganze... Dogs fühlen sich echt zu krass. Und jetzt hoch da. Ja. Yes. Ja. Also wir haben gerade den Boss der Firma getötet. War ein... Das Gefühl, außer dass es ein bisschen... brutal war. Aber... Aua. Hier kommen wir durch. Hm. Okay. Gib mal dein Passwort ein. Komm. Mach mal. Vielleicht geh mal ein Stück zur Seite. Der gibt da sein Passwort ein. Wahrscheinlich wollen die uns auch nicht einfangen. Also... Das wäre komplett stupid. Ich glaube, die wollen einfach nur, dass wir entkommen können. Stopp. Also... Ich denke mal, die wollen uns loswerden. Gerecht ist nichts mehr. Okay. Wie soll ich denn da durchkommen? Also... Äh... Das ist so ekelhaft. Aua. Bin ich runtergefallen. Da oben müssen wir den Knopf drücken. Den sieht man nur so ganz schwach. Tatsächlich. Bin so verstört. Äh... Also... Ich weiß... Ich kann jetzt verstehen, warum das Spiel erst ab 16 ist. Macht für mich... Da. Kann ich den Block nicht werfen? Okay. Das bringt... Okay. Wir werfen mal nach da oben. Nimm den Block mit. Kann ja sein, dass man den noch braucht. Lieber mitnehmen. Dein, wir brauchen wir den nicht mehr. Verbrenne mich selber. Okay. Aber ich zünde den Block an. Ich kann ihn doch werfen. Ach du meine... Oh mein Gott. Als ob das so funktioniert. Genau so ist es intended gewesen. Natürlich. Vom Spiel. Das Spiel hat gedacht, genau so macht man das. Als ob... Ich fühle mich gerade richtig gut, weil ich jedes Rätsel... Oder jedes Rätsel, Anführungszeichen... Was muss ich damit eigentlich machen? Damit geht es jetzt rechts weiter. Ah, und hier müssen wir das jetzt reinwerfen. Deswegen ist da auch ein Feuersymbol drauf. Und hier öffnet sich für uns... Für... Ich will nicht mehr reden. Ich will nicht mehr reden. Ich will nichts mehr mit diesem Spiel zu tun haben. In keinster Weise. Aua. Was? Hier da oben. Ihr seht so aus, als würdet ihr mir mal wieder helfen wollen. Überlegen. Da kommen wir nicht hin. Irgendwas zum Grabben weiter links vielleicht. Aha. Kompletter Wagen zum Mitnehmen. Let's go. Da sehe ich uns. Ich frage mich, wie lange das Spiel noch geht. Ob es jetzt nur noch entkommen aus dem Komplex ist. Oder ob es da noch weitere spannende Sachen zu tun hat. Ich weiß nicht. Ne, wir machen eins nach dem anderen. Wir gehen erstmal hier hoch und dann gucken wir da rechts. Okay, vielleicht müssen wir so nach da rechts. Keine Ahnung. Uh. Nochmal. Ihr hackt mich da auch ein. Ja, Kollege? Oh. Also danke für die Hilfe. Aber, äh, ihr mag euch trotzdem nicht. Deswegen habe ich kein Mitleid damit. Komme ich jetzt hier weiter? Ist hier ein Loch? Ey, das ist so düster. Ich sehe nichts. Links noch weniger als rechts. Für die YouTube-Aufnahme ist es ja immer ein kleines Stückchen heller. Wer will das haben? Nein. Nein. Ich bin dumm. Aber so muss es gemacht werden. Ja, 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 ja. Wir müssen es ihm geben. Hallo? Ich drücke nicht mal A. Wir müssen es ihm geben. Er lädt es auf, in Anführungszeichen. Und wir werfen es nach da oben. Und jetzt können wir da durch. Schnell, schnell. Ja, okay. Grabben. Werfen. Vielleicht muss man da auch ein bisschen schneller sein. Okay. Sorry. Wo hätte ich das wissen sollen? Das war... Durch, 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 durch. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Okay. Gehen wir weiter. Nochmal so eins. Aber ich komme da nicht dran. Äh. Hallo? Wieso läuft denn der nach links? Ich glaube schon. Hallo? Es bewegt sich. Das war eine Falle. Das ist nicht euer Ernst. Die haben mich getrappt. Gar nichts mehr. Hier sehe ich sehr schwach. Kann was grabben? Oh, Licht. Ja. Hier können wir viel wegreißen. Ich würde sagen, wir escapen ein zweites Mal. Nach unten. Also unten sind wir schon am Boden. Deswegen, wenn noch irgendwas kommen sollte, dann nach oben, mein Gast. Warum sind die Fische in unserer Nähe? Also Fische sind ja nicht doof. Aber ich würde... Also wenn ich jetzt hier schwimmen wäre, ich würde mich nicht in der Nähe von diesem... Keine Ahnung, was es ist, aufhalten. Da links hätte ja jetzt was sein können, aber ich glaube nicht, dass wir so in der Lage sind, noch irgendwas zu machen. Deswegen steppen wir mal nach rechts. Aua. Ich wusste natürlich, dass das passiert. Muss hier, glaube ich, mit Anlauf gehen, oder? Okay. Zack. Aua. Aua. Ich kann nichts mehr machen. Ich würde gerne aufstehen. Aua, ein Lichtschein. Sind wir ausgeboren? Ist das das Ende des Games? Ich kann nichts mehr machen. Wenn wir so ein bisschen strahlt... Ist das Game vorbei? Sollten nicht normalerweise, wenn das Spiel vorbei ist, die Credits starten. Doch. Also irgendwas passiert, weil die Kamera fährt raus. Ja, doch, doch. Die Kamera fährt. Aber so richtig... Mal... Guckt euch einen Punkt am Bildschirmrad an, und ihr seht, dass es langsam rausfährt. Okay, wir haben es geschafft, I guess. Deswegen kann ich mich nicht mehr. Ich würde dann an der Stelle gerne ein Fazit raushauen, aber keine Ahnung, ob noch was passiert oder nicht, oder... Hallo? Ah. Dann kommen wir jetzt zum Fazit. Ja. Also ich muss sagen, es ist sehr verstörend. Ich sag nicht, dass Little Nightmares nicht verstörend ist, aber dieses Spiel ist auf jeden Fall verstörend, ja. Es ist mega krass. Ich verstehe die Story, glaube ich, so... Bisschen... Bisschen... I guess. Aber keine Ahnung. Wir sind Junge und... Scheinbar mag uns keiner, weil wir anders sind. Wir sind noch klar im Kopf. Wir sind entkommen von deren komischen Experimenten. Und irgendwie ist dann... Er hier entstanden. Und... Wir befreien ihn, weil er irgendwie... Hier sind er und... Das ist der Hang! Von vorher! Wisst ihr noch, als wir in diesem Terrarium da waren, war das diese Folge oder letzte Folge? Da waren wir doch... Oh, oh, oh! Da war auch so ein Hang, der so beleuchtet war. Das war genau diese Stelle. Krass! Das war so ein Foreshadowing, I guess. Aber warum war das da aufgebaut? Egal. Ähm, also auf jeden Fall, das Spiel... Eine 9 von 10. Also die Rätsel. Keines der Rätsel war jetzt übernatürlich krass schwer. Oder viel zu einfach. Ich fand einfach einen Punkt Abzug, weil es an manchen Stellen einfach so verstörend ist, dass ich selber nicht wirklich den Durchblick habe. Und... Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wenn euch das ganz gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert den Channel, damit ihr weiß, dass solche Projekte nicht verpasst. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao, Leute. Ich kann mich nicht ausblenden. Ich kann mich nicht ausblenden. Ich kann mich nicht ausblenden. Sonst hätte ich jetzt hier noch so ein paar Sachen... Ist ja auch egal. Wir haben es durch. Wir sind wieder am Anfang. Guys, ich wünsche euch noch was. Wir sehen uns beim nächsten krassen Projekten. Ciao, ciao, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal.